und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von batman und wir mussten uns in dieser folge entscheiden wen nehmen wir bruce rain oder gehen wir als batman hin als batman natürlich leichter antworten wir kriegen alles raus was wir wollen oder gehen wir als bruce rain hin und sagen okay es wird schwieriger aber wir haben den standpunkt von batman sichergestellt die leute vertrauen ihm oder werden wir es zerstören ich sage wir gehen als bruce rain hin denn es ist ein bisschen schwieriger und es ist einfach besser würde ich sagen so ich würde jetzt hier genau aussehen wieso geht das jetzt momentan nicht hallo nur noch mal spiel fortsetzen wir gehen als bruce rain nicht als batman denn ich möchte schon ich möchte schon das gesicht von batman wahren also wenn er sich jetzt da entwickeln lässt kommt nicht gut da klar bei bruce rain ist es genauso aber es geht immer noch sag ich jetzt mal obwohl er ja der mann der öffentlichkeit ist und batman ja eher der schattenmann naja der dunkle ritter wie in dark night gesagt was eigentlich einer meiner links filme von batman normalerweise ist denn ich gucke gerne batman the dark knight wegen allein den joker von hieß sletcher sehr gut gespielt hat sich monate darauf vorbereitet diese haben eine point man die mayors doing debate he really can't be disturbed right now you're really telling me that bruce rain needs an appointment will be fine and if he fires he just comes to work for me deal Genau. Ihr Vater und ich, wir haben diese Stadt gemacht und wir machen es uns. Falcone auch. Wir haben alles, was wir haben. Wir haben alles, was wir haben. Du warst mit ihm. Ein junger Mann wie du, wie du nicht verstehen, was es braucht, um zu hochzunehmen. Oh, ich verstehe. Sehr gut. Ich habe dir alles, was ich habe an Wayne. Ich habe mich auf meine Seite der Beobachtung, und ich hoffe, dass du das gleiche machen kannst. Das ist mir. Das ist mir. Das ist mir. Also? Was ist dein Punkt? Ich denke, dass du einen hast. Oder bist du einfach auf meine Dolce Tones? Warum schau ich mich? Weil ich den Kampagnen und den Kampagnen? Ich bin in Cobblepot's Crosshairs, wie du. Aber du hast sie auf mich gebrochen. Nur die Files, die ich von Wayne Manor habe. Ihr Vater, Falcone und ich... Wir hatten die Möglichkeit, was wir wollten. Wie glaubst du, deine Familie hat das Land für Wayne Tower? Cobblepot will die Retribution, weil wir seine Familie genommen haben. Oswald's Familie hat es übergebracht. Und mit dem restlichen Files. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Nein, das machen wir nicht, Alter. Nur weil ich da was... Nein. Du bist gar nicht wie dein Vater. Du wirst niemals haben, was wir gemacht haben. Aha. Ich bin Hedwig, Wayne. Und du wachst auf dem Wachstum. Geh raus aus dem Ring, bevor du dich verletzt hast. Ich werde niemals so schwer. Mein Hedwig hat nicht die Bände. Lass mich das so sagen. Wenn diese Aussage macht es in die Bibliothek, oder woanders ich nicht, werde ich meine Kommissioner auf deinen Lieutenant, für das Fiasco, in der Projekte. Gordon? Und dann schaue ich ihn auf dich und Dent, für da zu sein. Jetzt, wenn du mich entschuldigen möchtest, ich habe eine Debatte zu prämpfen. Geh ihn raus! Whatever deal you made with Penguin, he won't honor it. Don't worry about me. You should watch your own back. Ja, ja. Ich wollte ihn warnen. Ich wollte, ähm, was Gutes tun. Weißt du? Wir sind halt ein... Wir sind ein Held. Und... Die Sache wollte ich halt... Einbringen. Hätte ich mich jetzt mit ihm zusammengeschmissen, wäre nicht gut gekommen. get a warning to Gordon. Tell him to increase security the debate. Hill seems to think he's safe, but Penguin's still out there. Deswegen. Also ich fand's schon mal gut. Guck mal. Platz hier. Hallo. Ja. Es gibt für jeden Scheiße Trophäe. Also wenn wir das abgeschlossen haben, wir kriegen immer eine Trophäe. Immer. Also du musst nichts Besonderes machen. Du brauchst einfach nur durchspielen und du kriegst Platin. Finde ich schade, muss ich ehrlich sagen. Aber naja. Ja. Also es ist schon schade, dass man echt... nichts Besonderes machen kann. Okay, du spielst einfach nur durch. Das ist eine Pirallinie. Du hast gewisse Entscheidungen. Aber das war's auch. Also... Ob sich das Spiel zu kaufen lohnt, würde ich sagen. Wenn du die Hintergrundgeschichte von Batman wissen möchtest, die du noch nicht kennst, ist das ein gutes Spiel. Danke, Alfred. Ich hasse es dagegen zu reden. So, und... Ob es sich lohnt zu kaufen? Ja, kann man, wenn man ein wichtiger Batman-Fan ist. Wenn du alle Teile von Batman in Arkham heilst, hast... Du bist ja wie meine. Die ganzen Teile von Batman. Dann würde ich das Spiel auch holen. Seid ihr Neuling, der Batman überhaupt gar nicht kennt, was ich mir vorstellen kann. Lohnt es sich? Ja. 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 Und wer halt auf Comics steht. I'll... I'll... Leave you to it then. So, was machen wir zuerst? Erstmal aktualisieren wir den Codex. Oh. Oh. Ja. Wenn ihr euch das hier durchlesen wollt, ich könnte auf Stop drücken. Ich geh mal ein bisschen runter. Ich hab keine Lust, das jetzt alles zu lesen. Ja. 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 so falls euch das alles hier durchlesen wollt, also ich glaube mal nicht hier, dass der in unserer reiche Ebene ist, also ich habe jetzt gar keine Lust, das irgendwie zu lesen, weil ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen gerade, und das jetzt dazu durchzulesen, ich glaube, das schaffe ich gar nicht. Und jetzt die ganze Zeit die Minarischen zu sprechen, das geht mir auch schon auf den Sack, also wenn ihr durchlesen wollt, drückt auf Stopp, so, und wir machen weiter. Und wie wir das machen, sehen wir in der nächsten Folge, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, und wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann, und auf Wiedersehen, ciao, und vergesst nicht zu bleiben, zu kommentieren und zu abonnieren natürlich, ne, bis dann.